Ich bin Sveto. Wie ihr seht haben wir heute 15. Ich komme recht neu. Schauen wir mal was drin ist. Und zwar einmal Chili Cheese Nuggets, schon zum dritten Mal. Und zwar da und da haben wir eigentlich gerade im Donner gelobt. So grusig sind die. Ich hoffe morgen ist etwas besseres drin.